Schaltet oder schaltet nicht? Das ist hier die Frage. Ja, Märklin C-Gleis Weichenantriebe und ihre Probleme im Digitalbetrieb sind wohl bei Betreibern hinlänglich bekannt und ihre Auswirkungen auf sicheren und störungsfreien Botellbahnbetrieb sicherlich auch. Aber man munkelt, da soll es Abhilfe geben. In Form eines Weichendecoders, der alles besser macht und auch noch heilende Wirkung auf defekte Weichenantriebe haben soll. Ich habe mir das Wunderteil, den Lodi 83 AC von Lockstore Digital, mal angesehen und wenn euch das Ergebnis interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro, da geht's los. Ja, willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die lieben Märklin Doppelspurenantriebe. Wer seine Anlage digital betreibt und noch Märklin Weichenantriebe 74491 der etwas älteren Bauart einsetzt, der wird das Problem sicherlich kennen. Irgendwann schalten die Antriebe nur noch in eine Richtung oder aber auch gar nicht mehr. Und damit ade, sicherer und störungsfreier Modellbahnbetrieb. Als Ursache sollen da magnetische Remanenzen an den Ankern bzw. verzunderte Endschalter in den Antrieben sein. Aber worin die Ursache auch immer liegt, meistens bekommt man die Antriebe mit einem Umbau, heißt Überbrückung der Endschalter, wieder ans Laufen. Und da die meisten heute üblichen Modellbahnzentralen sowie auch viele Dekoder nur einen kurzen Schaltimpuls und keinen Dauerstrom an den Verbraucher liefern, kann man auf die Endschalter eigentlich auch getrost verzichten. Also ich habe diese Lösung für einige Antriebe auf unserer Anlage hier nun seit einiger Zeit im Einsatz und sie funktioniert tadellos. Kennt ihr das Problem auch? Und wenn ja, wie habt ihr da Abhilfe geschaffen? Schreibt mir doch einfach mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Würde mich super freuen. Danke dafür. Ja, aber grundsätzlich möchte ich natürlich den Eingriff in den Weichenantrieb vermeiden. Und da kommt der relativ neue, und die Betonung liegt hier auf relativ neu, da es ihn schon mittlerweile, glaube ich, seit etwas über vier Jahren gibt, also der neue Weichendecoder Lodi 83 AC von Logstore Digital ins Spiel. Dieser hat gegenüber den herkömmlichen Weichendecoder den Vorteil, die Weichenantriebe mit reinen AC-Schaltimpulsen und nicht mit DC, also Gleichstromschaltimpulsen, zu versorgen, was die Fehleranfälligkeit für die Märklin Weichenantriebe nicht nur verringern, sondern gänzlich vermeiden soll. Zumindest sagt das der Hersteller und einige andere auch bei YouTube oder aber auch in diversen Foren. Eine entsprechende Anleitung bzw. Beschreibung des Decoders inklusive der Erläuterung des Fehlereffekts, die verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gibt es Hinweise oder ich sage mal besser Gerüchte, dass der Decoder heilende Wirkung bei schon defekten Weichenantrieben haben soll. Na, wer es glaubt. Aber dazu später mehr, da schauen wir uns mal im Detail an. Ein wichtiger Hinweis, den man hier zu diesem Thema beachten muss und den man auch verinnerlichen sollte. Also grundsätzlich gilt natürlich, dass nicht jeder Weichendecoder, der eine separate Speisung hat oder eine Speisespannung benötigt, auch die Weiche entsprechend mit einem AC-Impuls schaltet, selbst wenn man ihn mit AC versorgt. Es gibt einige Weichendecoder auf dem Markt, die zwei Einspeisungen quasi haben. Einmal ist es das ganz normale Digitalsignal und auf der anderen Seite ist es entweder ein AC-Signal oder aber auch es kann das Digitalsignal der Anlage sein. Üblicherweise nimmt man dann dort nicht das Digitalsignal, sondern ein Modellbandrafo oder irgendwie sowas. Der Hintergrund ist da aber nicht, weil die AC schalten, sondern weil man eigentlich vermeiden möchte, dass der Digitalstrom, der ja relativ teuer ist, weil ich ihn ja über einen Booster erzeugen muss, dass ich den nicht zusätzlich mit dem Energiebedarf der Decoder-Elektronik beaufschlage, sondern den besser, sage ich mal, ja für meinen Fahrstrom und für meine Lokomotiven gebrauchen kann. So und wenn diese separate Versorgung da ist, heißt das aber trotzdem nicht, wie gerade schon gesagt, dass auch mit AC entsprechend geschaltet wird. Das muss man einfach sich vor Augen führen. So und das ist bei dem Lodi 83 AC eben anders und das ist wichtig. Wie gerade schon gesagt, bei einem normalen Weichendecoder mit separater Speisung kann auch der Digitalstrom entsprechend zur Speisung genutzt werden. Das geht definitiv beim Lodi nicht. Hier wird echte Wechselspannung von einem Modellbautrafo zum Beispiel erwartet. Aber wie schon gesagt, das Ganze ist sehr detailliert und sehr gut im verlinkten Dokument beschrieben. Da kann man sich das alles nochmal anschauen. Ja, das hat mich natürlich fasziniert und auch interessiert, zumal ich ja schon mal dargelegt habe, durchaus die Doppelspulenantriebe im nicht sichtbaren Bereich meiner neuen Anlage weiterverwenden möchte. Das entsprechende Video dazu verlinke ich euch hier oben im Video selber oder aber auch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das interessiert, dürft ihr da gerne nochmal reinschauen. Da wäre natürlich ein Weichendecoder, der mir dann dauerhaft sicheren Betrieb verspricht, genau das Richtige. Ja, also habe ich mir ein Lodi 83 AC zum Ausprobieren besorgt und eben mal fliegend verdrahtet, so wie man es hier seitlich neben mir sehen kann. Also drehe mich mal so ein Stückchen zur Seite, dann kann ich das vielleicht auch besser zeigen. Nehme mir mal hier einfach mal so ein Stückchen Dings, dann kann ich das hier besser zeigen. Also der Decoder bekommt hier mit der gelben und braunen Anschlussleitung eine AC-Versorgungsspannung von einem Trafo. Den habe ich da weiter hinten an der Anlage stehen. Und mit der roten und der braunen Leitung ist der an den Booster oder an einen Booster unserer Modellbahnanlage angeschlossen. Gesteuert wird das Ganze über unsere TAMS Master Control. Die sehen wir jetzt hier nicht im Bild, die steht hier ein bisschen weiter hinten. Sowie entsprechend über den Rechner mit WinDigipad. Ja, die Adresse des Ausgangs oder des ersten Ausgangs, den wir hier entsprechend nutzen, wo hier die blau-gelb-blaue Anschlussleitung, das heißt also die drei hier hinten dran sind, da gibt es hier einen Knopf hier drin. Den drückt man, den muss man drei Sekunden gedrückt halten und dann kann man die entsprechende Weichenadresse entsprechend programmieren. Das haben wir dann in WinDigipad gemacht. Da wird die Weiche einmal geschaltet, dann übernimmt er die Adresse und dementsprechend, das haben wir hier auf 99 oder ich habe das auf 99 festgelegt und das passt dann eigentlich relativ gut und geht auch total simpel. Also ich habe dazu im Vorfeld fünf meiner defekten oder teildefekten Weichenantriebe hergenommen. Also man sieht hier, vier habe ich hier liegen. Der fünfte, der ist hier unten drunter angebaut. Das sind also die fünf Probanden, die ich hier verwendet habe und ich habe die einfach nacheinander an den Decoder entsprechend angeschlossen und ich habe die dazu auch eingebaut in die Weiche. Eingebaut deswegen, um auszuschließen, dass die Antriebsstange, die ja hier dran ist, das ist ja diese hier, Moment, das hier, das ist die Antriebsstange. Moment, so könnt ihr das besser sehen. Koordination ist alles. Wenn ich die hier schalte, die Antriebsstange, dann kann mir das nämlich sonst passieren, dass die durch den Schaltvorgang mechanisch beschädigt wird und dann aus dem Spulenantrieb rausfliegt. Und dann muss ich das Ding aufmachen, wenn ich es überhaupt noch reparieren kann oder ich kann es wegschmeißen. So und dann bin ich also wie gesagt hergegangen und habe die Weiche manuell in WinDigiPad umgeschaltet. Und um dann auf den Automatikbetrieb zu gehen, sehen wir gleich noch in einem Video. Und damit wird die Weiche dann quasi im Intervall immer von einer Seite auf die andere geschaltet oder beziehungsweise umgeschaltet. So und da blende ich euch exemplarisch mal das Video ein, um euch zu zeigen, was da an den Antrieben passiert. Dann schalten wir mal eben um, da sieht das so aus. Also man kann jetzt hier sehen, ich schalte jetzt also erstmal die Weiche im WinDigiPad manuell um und einmal hat sie sich auch bewegt und danach nicht mehr. Und jetzt schalte ich die wieder zurück in die Stellung und jetzt sieht man, wie ich habe auf Automatik gestellt, wie also die Weiche immer wieder versucht, sich in die andere Position zu bringen. Das läuft jetzt alles so ein bisschen schneller. Das ist jetzt nicht eins zu eins, was wir da im Video sehen. So und jetzt können wir sehen, so langsam kommt das Ding und jetzt geht er mal wieder nicht mehr, aber jetzt läuft er wieder. Wieder nicht mehr. Wieder nicht mehr. So, aber jetzt haben wir ihn. Jetzt wieder nicht mehr. Also das Ganze ist spannend. Also mein händischer Eingriff an der Weiche, wie gesagt, beschränkt sich darauf, dass ich die immer wieder in die eine Position zurückbringe. Und wenn das mal zwischendurch mal so ein bisschen gebrummt hat, jetzt weiß ich gar nicht, ob da der Ton mit dabei ist, wahrscheinlich eher nicht, aber dann ist das gleichzeitig mein händischer Umstellversuch zu dem magnetischen. So und wie wir jetzt hier sehen, ist das Ganze. Und ich läuft. Also ich bin absolut von Socken. Wie zu sehen, konnte ein Antrieb, den ich jetzt hier haben, aus einem Teildefekt, der ließ sich ja anfangs wirklich nur in eine Richtung schalten, mit dem Decoder wieder zu einem normalen Leben erwecken. So und das ist das Ganze. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, also das hat mich jetzt doch mehr als überrascht. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, das war jetzt ein Weichenantrieb von fünfen. Ich habe es geschafft, zwei Weichenantriebe wirklich wieder zu vollem Leben zurückzuerwecken. Von fünf. Ein Weichenantrieb, ja, der hat mal funktioniert, dann wieder nicht mehr. Dann hat er wieder, der zuckte so ein bisschen, ließ sich aber nicht wirklich zu einem vollwertigen Antrieb wieder zurückerwecken. Und zwei, ja, da war Hopfen und Malz verloren. Da ging leider gar nichts. Aber vielleicht auch mit ein bisschen mehr Ausdauer. Vielleicht hätte ich da noch was hinbekommen. Aber den Teilerfolg finde ich zumindest schon mal gut. Zwei von fünf ist schon mal eine Quote, hätte ich jetzt gesagt. Ja, und ich hatte ja grundsätzlich befürchtet, dass sich die heilende Wirkung nun mal einfach als Luftnummer rausstellt und ich alle defekten Antriebe einfach umbauen muss, heißt also die Endschalter überbrücken muss. So eine Erfolgsquote von fast 50 Prozent hatte ich dazu echt nicht erwartet. Und das bestärkt mich eigentlich darin, die vorhandenen Doppelspulenantriebe weiterhin zu nutzen und diese mit dem Lodi 83 AC entsprechend zu betreiben. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch meine Entscheidung für die weitere Verwendung der Märklin Weicheneintriebe im nicht sichtbaren Bereich, zumindest meine Anlage, und sogar die heilende Wirkung des Lodi 83 AC für diese Weicheneintriebe etwas näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Das hilft mir, hilft dem Kanal, wäre ganz toll. Und wenn ihr mögt, dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren. Wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare oder Anregungen, nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und gerne wieder hier bei Thorsten und Linus Modellbahn. Bis dahin, Dankeschön und Tschüss.